Kristall die Magie der Schön. Mein Name ist Agnes Lauer. Mein Team und ich beraten Sie gerne in unserer Auswahl der geprüften Edelsteine und Mineralien in der Textilberatung mit unseren Textilien aus Indonesien. Wir führen Teak-Wurzelholzmöbel und Holzschnitzereien aus Indonesien, vor vielen Jahren schon importiert. Der faire Handel ist uns sehr wichtig mit Ägypten. Auch die Textilien aus Indonesien sind nach fairen Statuten eingekauft. Für die Edelsteiner bin ich in einer Ausbildung zur Edelsteinprüferin. Auch da werden wir gerne weiter in guter Beratung für Sie da sein.